Nachdem wir ja zuletzt hier in der Area komplett eskaliert sind, geht es heute gezielt auf Gänse. Ich teste es in der Area mit Attrappen, mit Zelt und natürlich mit jede Menge Schrot. Also, legen wir los. Gerade nochmal eine Runde gepennt hier. Wir haben relativ früh morgens. Sehr gut. Der Wind steht nicht so ganz ideal. Und ich würde sagen, wir marschieren erstmal los hier in die Area, wo wir zuletzt die ganzen Hirsche, die Weißwedelhirsche und auch die Elche gesehen hatten. Jetzt müssen wir mal eben ein bisschen gucken, ob hier schon wieder was ist in den frühen Morgenstunden. Ich hoffe nicht, denn ich habe jetzt gerade nur die Flinte eingepackt. So, was ist jetzt der Plan? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Absolut planlos, beziehungsweise ahnungslos, ob hier ausreichend... Aha! Ja, Tundra-Saatgans. Perfekt. Ob hier ausreichend von den Gänsen langflattern. Aber das sieht auch schon ganz gut aus. Das heißt, ich mache mich jetzt hier schön mittig, vielleicht hier so oder hier in diese Area. Da mache ich mich breit. Und werde dann zwei Spots wieder fertig machen. Und zwar mit den zweierlei an Gänseattrappen. Und dann bin ich gespannt. Denn beim letzten Mal waren ja hier schon jede Menge... Oh, oh. Jede Menge Gänse zu... Oh, einen Vierer umherziehen auch noch. Alter, soll ich den erstmal? Da müssen wir aber jetzt schnell sein. Ich habe gar keinen Ballermann dabei. Oh, warte, 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 warte. Ich habe doch... Genau. Ich habe zumindest Ette hier. Und wir haben... Okay, reicht das? Nee, reicht nicht. Okay. Nächster. Zack. Zelt hinstellen. Zack. Schnell einen Ballermann holen. Den Vierer-Elch, alter. Gewehr. Was nehmen wir da? Was habe ich denn hier? So. Das heißt mal schnell eine passende Muni. Hier, 338 Piercing Munition. Und dazu das passende Gewehr. Da ist er. Und dazu ein passendes Visier. Ja, damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet, ey. Ich hoffe, ich verscheuche die nicht auf die... Zack. Zack auf die Aktion und die Entfernung jetzt hier. Munition. Da ist sie. Visier. Okay. Wir sind startklar. Und da kommen sie auch schon an. Close. Auf 75 Meter. Ich glaube, das reicht. Komm, bleib mal eine Runde stehen. Dankeschön. Alter, das Zelt zählt nicht, oder was? 4, 4. 2 Stück Level 4. Das Zelt hat einfach nicht gezählt. Na, das ist ja ein Ding. Und ich dachte, man kann hier schön durch das Fenster durchballern. Das ist ja der Oberhammer. Oder habe ich gegen den Baum geschossen, oder was? Kannst du ja nicht ausdenken. Na ja. So viel dazu. Äh, schwer zu sehen, ob das jetzt... Ich denke schon, dass ich den gelegt habe. Wird aber vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich renne erstmal wieder... Also, ich packe ein, renne erstmal jetzt wieder in die Richtung da hinten. Und dann, ähm... Jo. Und dann sehen wir weiter. So. Und das sieht doch hier jetzt gerade schon ganz gut aus. Genau. Wir haben jetzt hier einen kleinen Hügel. Sind also dadurch schön erhöht. Und können dann eben schön von oben runter auf die Gänse schießen. Das heißt, hier wäre jetzt ideal für das Gänsezelt. Und das heißt, wir machen hier ein bisschen abseits. Stell ich erstmal das normale Zelt hin. Also, gucken wir mal. Klappt das so? Ne, warte mal. Wo haben wir es? Au, auf der 1 habe ich es. Okay. So. Hier kommt erstmal das normale Zelt hin. Oh, das ist aber auch schon groß, ey. Klatschen wir mal jetzt. Ah, vielleicht so ein bisschen mehr Abstand. So. Hier vorne hin. Dann brauchen wir aus unserem Zelt, aus unserem Lager, brauchen wir die passenden Zelte. Hier. Deluxe Tarnzelt, genau. Zack. Und das Delicious Tarnzelt, das klatschen wir uns jetzt genau auf dem Hügel hier hin. So. Und zwar so, dass wir den Eingang hier haben. So. Hier wäre es jetzt ein bisschen runter. Ich mache das mal so ein bisschen runter. Das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon. Und dann würde ich sagen, machen wir in die Richtung und in die Richtung jeweils einen Spot. Aber halt so ein bisschen weiter runter. So sieht das doch ganz gut aus. So. Das heißt, man geht hier rein. Ist wieder schön unsichtbar. Und wir haben in die Richtung und in die Richtung richtig schön Sicht. Perfekt. So soll das sein. Sehr gut. Passt das? Hat das funktioniert? Ja. Okay. Hat funktioniert. So. Das haben wir. Dann als nächstes die Attrappen. Dann bauen wir jetzt erstmal die Attrappen auf. Zweierlei Gänse haben wir ja hier. Beziehungsweise zweierlei Gänse-Attrappen im Lager. Da. Die Saatgans. Die hatten wir gerade schon. Damit fangen wir mal direkt an. F2. So. Das machen wir mal eben runter. Und dann haben wir hier Lockmittel. Jeweils die 10 Stück. Reichen da nicht 5? Gucken wir mal. Also. Die machen wir jetzt hier vorne ein bisschen hin. Also ein bisschen weiter weg hier. Nicht so ganz nah dran. Und die anderen halt aufs andere. Auf die andere Seite. Ich weiß gar nicht, ob die hier ins Nasse müssen. Müssen die ins Nasse? Ich glaube bald nicht, ne? Nee. Ich glaube nicht. Aber das ist ja auch gar nicht so tief. Das heißt, ich stelle hier einfach mal so ein paar hin. So. 1, 2, 3. Dann sind das jetzt hier die anderen. Und als Viertes haben wir dann die Aufmerksamen. So. 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 Haben wir den? Ja. Wir haben den Spot. Okay. Saatgänse haben wir schon mal hier. Der Spot zählt. Das ist schon mal gut. Kurz nochmal wieder ins Inventar schauen. 4 Stück. 4, 8, 12 Stück. Jetzt an diesem Spot. Ich bin gespannt, ob das reicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da kommt schon was. Was sind es? Es sind schon diese Saatgänse. Gib Gummi, Alter. Ich brauche den Ballermann. Nur aber schnell. Nur aber schnell. Nur aber schnell. Flint. Hier, warte. Lager. Ach, herrje. Ach, 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 ach. Flinten. Habe ich die Muni? Ich glaube schon. Oh, da ist die Muni. Wo ist der Ballermann? Da ist der Ballermann. Ich bin überladen. Ballermann raus. Äh. Flinte rein. So. F. Und U. Waffe. Flinte. Munition. Hahaha. Ist das wild. Okay. Wo sind sie? Oh, warte. Die kreisen noch. Die kreisen noch. Die kommen gleich runter. Die kreisen noch. Ob ich da jetzt schon hin kann? Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Warte mal. Ich gehe mal so in Deckung. So. Und ich krabbel mal. Ja. Zumindest gut getarnt. Der Wind ist auch gut. Und ich krabbel mal hier zum Zelt schon mal hin. Alter, ist das wild. Alter, ohne Scheiß. Diese Meppen, ne? Und Vogeljagd ist einfach... Mua. Richtig, richtig gut, ey. Richtig gut. Sie flattern noch und können sich nicht entscheiden. Ich habe aber auch natürlich jetzt gerade nicht die Tröte dabei, ne? Lockmittel. Ähm. Kanada Gans. Tundra Saat Gans. Habe ich auf der 6. Da kommt noch mehr. Ist das wild, Alter. Alter, zwei Trupps hier, die sich... Die sich schön... Die hier jetzt schön kreisen. Da geht was runter. Die gehen runter. Oh, jetzt aber schnell. Zack, im Wasser gelandet. Eine ist erst unten. Ruhig bleiben. Und die nächste kommt runter. Und die nächsten kommen runter. Wir haben 5 Schuss. Und die nächste. Okay. Wir sind drin. Zelt ist zu. Die nächste. Die nächste. Ich komme nicht hoch, Alter. Komm doch rauf. Komm doch rauf. Steh doch auf, Alter. Warum... Was macht er denn? Warum steht der nicht auf? Alter, er steht nicht auf im Zelt. Ich werde ja weich. Ich werde ja weich. Warum steht denn er nicht auf im Zelt? Alter, jetzt ist er erst... Egal. Wir haben hier noch ein Trüppchen. Alter. Guck mal, wie die Wolken da oben drehen. Ja, die sorgen quasi für ein Tornado. Jetzt wissen wir auch, woher die Tornados kommen, Alter. Wenn da so Gänse die ganze Zeit im Kreis drehen... Auf einmal, Harry Kane, Alter. Ja, ganz eigenartig. Jetzt auf einmal flattern sie alle weg. Ganz eigenartig. Sie sind nochmal ein bisschen gedreht. Und jetzt hauen sie einfach ab. Alter. Ja gut, das war natürlich jetzt großer Fail. Das war großer Fail. Was auch immer das war. Ob man im... Oder kommen die nochmal? Ob man da nicht in den Dingen... Ich bin da reingerobbt und dann komme ich da nicht rauf. Das ist aber schon eigenartig, ey. So, jetzt hole ich mir nochmal eben... Die anderen Gänseattrappen. Die stellen wir auf die andere Seite. Das ist ja in den Dingen jetzt gewesen, ey. So, wait, 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 wait. Erstmal die einen hier raus. Das bleibt alles so, wie es ist. Oh, da schnattert wieder was. Oh, da kommt was. Die nehme ich mir jetzt gleich vor. Alles drei Weibchen bisher. Alter, jetzt hauen sie schon wieder ab. Zack. Die haben wir aber zumindest. Nur Weibchen. War jetzt nicht so interessant. Mäh. Aber, wie auch immer. Die nehmen wir doch schon mal mit. Ob wir da voraimen können. Ja, wir können. Krass. Krass, krass. Komm mal ran hier. Silberwertung. Zack. Da ist er, der erste Gummiadler. Tundra-Saatgans. Ja, passt doch. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wo liegt der andere? Oh. Nee. Alter, ich bin abgesoffen hier drin. Ja, wer hätte dir das gedacht, dass er so tief ist hier an der Stelle? Wo ist er? Wo ist er? Der Brocken. Äh. Wo ist er denn? Ist der jetzt weg oder was? Weil ich gestorben bin? Ne. Ja gut, hier ist jetzt alles so weggeballert vom letzten Mal noch, ne? Hier siehst du natürlich auch gar nichts an Flächen. Hier war sogar noch ein Luchs unterwegs. Der ist doch hier gerade irgendwo runtergefallen. Nichts zu sehen. Einfach weg. Vielleicht hat's der Luchs, der Luchs hat sie sich geholt. Safe. Das ist schon ein Ding, ey. So. Wir waren stehen geblieben beim Gänse aufbauen. Wir hatten, so, die Lockmittel. Und jetzt kommt die Graugans. Eins, zwei, drei. So. F2. Und dann ziehen wir uns die drei Graugänse eben rein. Wei, 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 wei. Graugans. Graugans. Und Graugans. Wachend. 2, 3, 4. Also, ein Spot haben wir da. Den anderen machen wir hier vorne hin. So ein bisschen Abstand. Ich hoffe, das ist hier nicht zu tief. Ah, vielleicht doch. Machen wir mal hier so hin. So. Einmal. Zack. Und 2, 3, 4. Und hier die nächsten. 2, 3, 4. Einen direkt vor der Nase. Und noch so ein paar, die aufpassen. 2, 3, 4. So. Haben wir auch wieder 12 Stück. Irgendwo da hinten war der Luchs. Scannen wir mal eben, ob wir da was sehen. 2. Den ganzen Lüder. Joa. Den lassen wir dann noch weiter rumrennen. Sonst ist auch gerade nichts zu sehen hier bei dem Mistwetter. Aber das ist natürlich eigenartig, ey. Leider einfach weg gewesen, die Gans. Das ist natürlich schade. Schön aus der Luft geholt. Und dann despawn sie einfach. So. Jetzt die Taschen freimachen. Und ich schnappe mir. Soll ich vielleicht noch Kaliber 22 mit dazu nehmen? Wäre vielleicht noch eine Option, ne? Lager. Nehmen wir erstmal alles weg. Die ganzen brauchen wir auch nicht mehr. So. Wir haben... Wir haben Graugans. Graugans. Und Tundra Saatgans. Warte mal. Das sollten wir uns jetzt mal so ein bisschen besser hinlegen. Genau. Graugans Lockpfeife. Hauen wir mal auf die 4. Das ist die Enten. Blablabla. Pfeifen. Pfeifen. Die kommen weg. Machen wir mal weg. Und da haben wir die Saatgans. Genau. Also 4 und 5. Und was hatten wir hier? Kanadagans. Die haben wir gar nicht. Okay. Keiner da. Graugans. Tundra Saatgans. Und wir nehmen uns nochmal... Ich würde sagen, vielleicht einfach mal... Lager. Vielleicht Kaliber 22 Pistole. Das wäre doch mal was. So für... Für nochmal einfach draufballern wild. Falls irgendwas wegflattert. So. Und dann hier wild. Einfach draufhalten. Wie so ein verrückten... Tak 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 tak. Und... Zielfernrohr nehmen wir aber auch noch mit. So. Okay. Oh, da sind schon wieder die nächsten. Schnell rein hier. Was haben wir denn da? Saatgans. Und ich habe jetzt auf der 4... Graugans. Also 5. Schnattern wir also nochmal ein bisschen rum. So. Komm ran hier. Oh, da ist das nächste Trüppchen. Aber die haben wir noch gar nicht. Die kriegen wir noch gar nicht ran. Ich versuche mal auf Graugänsisch. Also ohne Scheiß. Ich höre da überhaupt keinen Unterschied, ey. Wenn von euch jemand Gänsisch kann, einfach mal Bescheid sagen. Wait, 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 wait. Wo kommt der Schatten her? Wo kam der riesen Schatten her? Eins, zwei. Da hast du zumindest ein Männchen bei. Auf 60 Meter. Sollen wir mal gezielt gehen? Da geht noch einer runter. Oh, ich kann nicht gezielt gehen, weil ich die Waffe noch nicht ausgerüstet habe. Wir gehen mal weniger gezielt. Dann bloß, ich habe den Otto Kader jetzt nicht erlegt. Kannst du dir nicht ausdenken. Als erstes mal schnell die zweite Waffe reinziehen. Für gezielt. Genau für solche Situationen. Wenn man so einen einzelnen da sieht. So. So einen einzelnen, wo man denkt. Oh, den. Hätte ich aber jetzt gern. Und dann einfach schön. Patsch. So muss es gehen. Dann werden wir jetzt gleich erst mal schön. Ja, sehr gut hier die Luftpistole. Sehr gut. Also. Gucken wir mal, ob da irgendwas geklatscht hat. Aha. Zumindest irgendwer hat getroffen. Ja, das sieht doch gut aus. Alter, leckt mich fett. Die sind aber weit gekommen noch. Das ist ja besonders schlecht getroffen. Tundra. Saatgans. Männlich. Doch noch bekommen. Ha. Sehr gut, ey. Silberwertung. Ja. Ich habe einfach einen Meter dran vorbeigeschossen. Daraufhin hat sie sich so sehr erschrocken, dass sie sich im Nachhinein gedacht hat, Alden, ich fall vom Himmel. Ne. Und hier vorne tatsächlich den Flügel so ein bisschen angekratzt. Vier Treffer. Naja. Naja. Den Erpel, Alter. Mitgenommen. Ja, Leoparden, Alden, dann geh doch weg. Und da ist noch einer. Da ist noch ein Leo. Da, da, Stufe 2, Stufe 1. Geht doch weg. Ich meine, sonst muss ich auf euch schießen? Das wollt ihr doch auch nicht, ey. Das kann doch nicht in eurem Interesse sein, dass ich da jetzt auf euch drauf brätsel, oder? Ich würde das machen, ey. Lass das lieber. Macht euch doch lieber vom Acker, ey. Und jetzt geht ihr weg hier für meine Gänse. Guckt, die landen hier schon gleich wieder. Und die Leos, die, die pirschen sich hier schon lang. Also ich schieße gleich in den Moors, ey. Wäre natürlich mal interessant, ne. Einfach hier so eine Gans aus der Luft. Ob das geht, ey. Oh, wait, wait, wait. Da sind sie schon wieder am Schnattern. Die gehen doch gleich wieder runter, ey. Ich sehe es doch schon kommen. Ich glaube, ich tröte einfach nochmal ein bisschen. Oder gehen die jetzt schon? Alter, und da sind die einfach abgehauen, ey. Da sind die einfach wieder abgehauen. Sag bloß, das war jetzt wirklich der Luchs. Da vorne knurrt die ganze Zeit der Luchs rum. Das kannst du dir aber auch nie ausdenken, Algen. Munition. Luchs. So, vier bis. Ne, ist zu viel. Drei bis. Zwei bis vier. So, Luchs. Was ist jetzt? Wollst du jetzt hier nochmal rumknottern, oder was? Du langt mir das aber mal so langsam hier mit dir, ey. So, zack und gib ihm. Und da ist noch einer. Mann doch, ey. Und ich brezel dir direkt noch einen rein, Algen. Kusch dich. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Ich glaube ja, so Enten- und Gänsejäger sind so die Friedfertigeren unter den Jägern. Ja, guck mal hier. Da liegt er ja sogar schon. Zack. Wunderbar. Eins A getroffen. Zwei Treffer hier. Acht Treffer da. Drei hier. Drei da. Nicht schlecht. Ja. Passt. Kann man machen. Mitgenommen. Und da kommt die nächste Truppe. Was ist denn das? Nicht zu erkennen. Sind das Graugänse? Ja. Ja, 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 ja. Sie sind außer Formation raus. Jetzt kann ich sie markieren. Es sind, nee, Kanadagans. Anscheinend kann ich sie aber mit der Grauganströte. Ach du Schande. Was ist hier auf einmal wieder los? Alter. Pazifikgeschwader hier. Von allen Seiten. Stufe drei. Da gerade eben war eine Vierer ganz alten. Dreier. Dreier. Die ist natürlich abgehauen. In dem anderen Trupp war die. Wo dann die. Wo dann die komischen. Männlich. Vier. Drei. Zwei. Wo die blöden. Hier. Gojoten oder was. Hier alles verscheucht haben. Vielleicht war ich das auch. Aber wer weiß das schon genau. Irgendeinen Grund muss man ja haben. Um die Viecher kaputt zu schießen. Wahrscheinlich waren das die. Wie heißen sie? Dinger. Oh, Alter. Da ist schon Action. Da ist schon Action. Aber nur Dreier. 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 Schade, Alter. Da war wirklich ein Vierer bei. Das ist ja der Oberhammer, ey. Das wäre es ja gewesen. Auf 80 Meter bin ich jetzt natürlich hier weit entfernt. Uh. Aber hier ist ja richtig viel los, ey. Guck mal da. Eine ganze Gang. Dann nochmal. Welcome to the Gang. Und dann gehen die nächsten runter. Sturzflug, Alter. Ja. Kann ich jetzt also nicht wirklich viel machen. Das heißt, ich muss hier auf 80 Meter versuchen rein zu jubeln. Wie so ein Wahnsinnigen. Kriege ich aber hin. So, jetzt schnell nachladen. Und direkt gleich nochmal drüber gehen. Ja, ja. Komm, mach hin. Reload. Feuer. Nicht dein Ernst. Doch, einen noch gekriegt. Alter, muss man da vor-aim. Einfach zu geil. Zack. Alter, sie sind hier jetzt im Wald, oder was? Zack. Ja, wenn die jetzt hier im Wald rumflattern, versuche ich doch mein Glück. Zack. Und ich habe keine Munition mehr, Alter. Ja, also, was soll ich da sagen? Ähm, wenn die sich mal in dem Wald so vertan haben? Und festgesetzt haben? Ist das ja nicht so schlecht. Alter Falter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben Stück. Krass. Und da ist dann noch einer. Krass. Abgefahren. Das ist natürlich praktisch. Bisschen unfair, muss ich ja gestehen. Aber, nimmt man noch gerne mit. Und da liegt sogar noch einer. Einen habe ich noch übersehen. Da liegen die Brocken. Ist ja der Hammer, Alter. Zack, Silberwertung, Flügel. Hammerhart, ey. So, und ich bin mal wieder zurückgereist. Das ist natürlich mega praktisch, wenn man so ein Zelt hier stehen hat. Kann man einfach mal wieder schnell da hin. Denn ich war gerade nochmal da ganz hinten in dem Wald, da wo der Elch am Anfang war. Und ich glaube, ich habe ihn nicht gut getroffen. Denn die ganzen Spuren, fünf, sechs Spuren, also die ganze Zeit, wo ich da hinten lang marschiert bin, der hatte immer eine kleine Blutspur. Immer nur 75 Prozent. Also sehr viel Leben noch. Ich gehe davon aus, der ist nicht umgekippt. Schade eigentlich. Sah am Anfang gar nicht so schlecht aus. Vielleicht kommen sie ja nochmal irgendwann wieder. Abgefahren. Also, wild. Wild, wild. Gute Idee, glaube ich. Man kann sich hier hinstellen. Und es kommen auch die Gänse. Ich denke, wenn man hier steht und so ein bisschen rum anfängt rumzugackern. Da haben wir schon das nächste Trüppchen oben. Dann kann man das ganz gut. Kanada Gans muss ich mir allerdings auch noch mit reinziehen. Wobei ich echt nicht weiß, wo denn da jetzt der Unterschied sein soll. Und hier war dann auch noch Kanada Gans. Da haben wir dann auch für sechs. Okay, die ist ein bisschen anders. Kanada Gans. Grau Gans. Saat Gans. Nur wirkliche Experten hören den Unterschied. Also, mach dich ran. Train hard, go pro, Alden. Ab ans Rumschroten hier. Auf Gänse, Alder. Und dann mal gucken, ob man hier nicht mal schön was vom Himmel runterholen kann, Alden. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen für das Video. Den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Okay, die Chance müssen wir nochmal wahrnehmen. Stufe 4. Hier, 50 Meter. Und ich habe keine Muni. Männlich. Haben wir. Und da kommt sie auch direkt angeschwommen. Okay. Ist das höheres Level oder nicht? Stufe 4. Männlich. Endlich da. Ich habe noch ein bisschen gemacht. Ein bisschen gewartet. Ein bisschen geguckt, ob da nicht doch noch ein bisschen was kommt an hochleveligen Gänsen. Und zack, der Vase auch schon da. Hat gar nicht lange gedauert. Und. Top, Alden. Schön. Nochmal mitgenommen. Headshot. Auch nicht schlecht. Also, hat sich doch gelohnt, doch noch ein bisschen zu warten und auf die Vierer hier aus zu sein. Und dann die Hochleveling einfach gezielt rausnehmen. Top. So, aber nun, weit man's heil. Bis zum nächsten Mal.